Wo diese Eliten, diese satanischen, antichristlichen, luziferischen Eliten uns von abhalten wollen, von diesem Wahrheitsquell in uns allen, diesem Christuskeim. Und das ist einfach nur die Kindheitserinnerung, die Schönheit, die Zuneigung, die Zuversicht, die Hoffnung ist, die uns allen schon inne wohnt. Also niemand muss sich ändern in dem Sinne, sondern einfach sein Vergessenes selbst zurückfinden. Es ist wie psychologische Traumatherapie, so überlastet die Seele von Traumata und Abschottung, von dieser Angst. Und das ist ja wirklich, wo wir gespalten werden sollen, aber von unserer göttlichen Fähigkeit, der Manifestation, nicht abgehalten werden können durch Angst. Denn wir alle sind Schöpferwesen und umso mehr wir das erkennen, dass wir diese Matrix hier selbst schaffen, umso mehr sind wir auch Kontrolleure derer, können wir unsere Wünsche und Träume in Erfüllung bringen. Und treffen eigentlich immer nur die Spiegel unserer selbst. Also realisieren wir, es ist diese Erinnerung dessen, dass wir das alles hier schöpfen und dass die Liebe eigentlich der Urquelle ist. Wie Rudolf Steiner sagt, Gott ist die Liebe und er ist nichts mehr als die Liebe, nicht Allwissenheit, nicht Omnipräsenz, Potenz oder was auch immer ist. Nicht diese andere Definition, sondern er ist wirklich nur die Liebe, die alles durchdringt und alles durchwallt und alles durchflutet. Und jeder einzelne, ob Polizist oder Politiker, der dieser BRD, GmbH, diesem wohl nicht souveränen Staat oder gar keinem Staat dient, der kann in sich gehen und fragen, ist das, wofür ich alltäglich stehen will? Bin ich einfach nur Teil dieses Räderwerks der Unterdrückung? Habe ich mich selbst als Seele manifestiert in diese Welt, wo ich meinem eigenen Urkeim so fremd geworden bin? Ja, bestimmt ist es für so viele der Fall. Und dann wirklich zu fragen, wie kann ich da aussteigen? Wie kann ich es ablegen, dieses falsche Gewand der Lüge, der Unterdrückung, dass ich friedliche Versammlungen von Menschen unter freiem Himmel versuche auseinanderzustoßen? Und warum wurde ich da rein durch ein massives Medienkonstrukt gebracht? Und im Endeffekt begreifen wir dann, dass wir wirklich als diese Götterschöpferwesen uns hier auf der Erde befinden, um eine der größten Missionen in der galaktischen Geschichte durchzuführen. Dass es alles viel größer, der Bogen viel weiter ist, denn dieses kosmische Projekt der Liebe beginnt ja nicht, wie irgendwelche pokalistischen, fehlgeleiteten Historiker an den nicht freien Universitäten behaupten, vor 6.000 Jahren mit irgendwelchen Stadtstaaten in Babylon, sondern es geht ja Millionen zurück, dass wir in Atlantis über 200.000 Jahre eine Hochkultur, eine riesige Kultur waren, wo viele hier jetzt auch herkommen. Denn Edgar Cayce sagt es uns, viele aus Atlantis in Kaninien jetzt wieder, um diesen Fehler, den Bill Gates und Elon Musk und Angela Merkel und so weiter machen wollen, zu verhindern, den Fehler, den wir schon gemacht haben vor 12.000 Jahren, dass wir Atlantis hochgesprengt haben, dass wir freie Energie missbraucht haben, was jetzt in Area 51 und diesen ganzen Geheimbasen, die Pine Gap der größten Geheimbasis wohl in Australien ist, dass wir diesen Fehler verhindern, dass wir uns erinnern an die Liebe und nicht für Gier, die unteren Chakren, das Gefühl im Bauch, ich will mehr besitzen, ich will mehr Kontrolle, ich will mehr Macht, das Ganze hinschmeißen. Und selbst wenn wir es täten, wir würden laut Rudolf Steiners Lehre immer noch Engel werden, was ja der Plan hier ist, dass wir unseren freien Willen einsetzen, um Engel zu werden, freie Engel zu werden, dann kommt man trotzdem nach Jupiter, aber es dauert einfach ein bisschen länger, wenn man durch die Hölle geht und diesen Planeten zerstört oder dergleichen. Und in dem Sinne sollten wir wirklich uns erinnern, nicht nur an Atlantis und diese hochtechnologische Kultur, wora der Sonnengott, diese männliche Energie, diese wissenschaftliche, mathematische Energie, die jetzt auch sehr präsent aufgefoppt werden soll, sondern auch Atlantis-Vorgänger, Lemuria, diese große Kultur, die noch feinstocklicher, noch ätherischer, noch dem Himmel mehr zugewandt war. Dass wir wirklich in Meditationen, in dem Zusammenkommen, in dem Lesen von diesen Schriften, die so oft auf der schwarzen Liste, die so oft zensiert waren, in diese Erinnerung kommen, in dieses Gefühl kommen, in diese Wahrnehmung kommen, worüber Christina von Rhein berichtet, worüber Rudolf Schreiner berichtet, dass wir eine ganz andere Menschheitsgeschichte haben und dass das auch die Liebe ist. Denn wenn man die Pyramiden von Gizeh oder Stonehenge oder ähnliche, großartige architektonische Meisterwerke anschaut, besichtigt, da reinfügt, dass man dann sich auch erinnert, natürlich. Wir sind viel mehr als diese Kastenplätze, diese eckigen Gebäude mit diesen Schießschaden von PricewaterhouseCoopers, die diesen ökonomisch-kriminellen Wahnsinn vorantreiben, als das Gebäude vor und hinter uns, diese Waschmaschine. Das ist nicht in dem Sinne menschliche, göttliche Natur. Und das sagen uns die Pyramiden, das sagen uns die bavilonischen, mesopotamischen Gebäude, das sagt uns Angkor Wat in Asien. Das ist, was wir lesen können und weshalb auch die Universität massiv obskuriert. Und deshalb sind diese ganzen Archäologen unterdrückt, die uns unsere eigentliche Geschichte aufzeigen. Eine Geschichte von Liebe, die sich auch in Architektur ausbreitet. In Riten, in diversen Prozessen in der Religion, wo Menschen zusammenkommen, zu viel komplexeren Tänzen, wie zum Beispiel die Dervischt-Drehtänze von den Sufis. Sowas wird marginalisiert, sowas wird in die Ecke gestellt, sowas wird unterdrückt und mit Gewalt natürlich auch. Und da können wir hin zurückkommen. Wie die Sufis können wir kreisen in die richtige Richtung, die bei ihren Dervischt-Drehtänzen das Rotieren der Planeten des ganzen Milchstraßengefüges nachahmen. Dass wir wirklich in uns diesen kosmischen Kultus aufleben lassen. Dass wir diese kosmischen Götter sind, die hier eine der größten Herausforderungen der Galaxie konfrontieren und absolvieren, ausbalancieren. Nicht in Gewalt, sondern in einem Fließen mit dem Tau, mit dem Dau. Und da gibt es so viele Informationen, die Leute aufwachen lassen können über diese Inszenierung der Kriege, wie alle Kriege praktisch von diesen opfernden Satanisten als Blutopferrituale inszeniert werden. Seit Jahrtausenden, was in Südamerika wohl bekannt auch passiert ist und angeblich gar nicht mehr der Fall ist. Es gibt jetzt westliche Kultur und dergleichen. Aber das ist eben sehr orchestriert und Bill Gates und dergleichen sind wie die Sith, die Gegner der Jedi. Und die Jedi sind vielleicht Leute wie sicherlich John F. Kennedy, vielleicht auch Trump oder Putin und dergleichen. Sicherlich die Rosenkreuzer oder die Templer. Diese freien Gruppen, die mehr für diesen Götterfonds, diese Unendlichkeit, dem Kosmos gleich in uns einstehen. Und dass wir da diese Werke konsultieren und als Grundlage nehmen, die ernsten Fragen stellen in einer Balance und in einer Ruhe, in einer Erdung, in unserer Herzensmitte bleiben, wenn wir fragen, warum wird nicht aufgedeckt über diese pädophilen Ringe? Warum wird nicht aufgedeckt über diesen satanistischen Mistbruch? Warum wird nicht aufgedeckt über diese Aggressionskriege, die dieses Land mitgemacht hat? Und im Irak auch beteiligt war, gleichwohl das nicht so offen gesagt wird. Diese Anschläge unter Fallschöpflage, Batakran, Charlie Hebdo. Immer wieder wissen die Behörden vorher, wer diese angeblichen Mistbrüder sind. Und dann passiert nichts. Man lässt sie fliehen. Der 1. September antreibt die Anschläge in den Botschaften in Afrika. Und nach all dem soll man an dem Corona-Narrativ und all seiner Lächerlichkeit glauben. Es ist wirklich der verzweifelte Versuch einer Idee, die in der Materie so verfallen ist, nochmal diese Schreckensherrschaft aufrechtzuerhalten. Also jeder, der Geschichte studiert hat, der versteht, was die Menschheit eigentlich ist, der kann dieses Narrativ eigentlich, wenn es Anfang 2020 aufkommt, nur belächeln. Und genau das tun ja diese aufträgerischen Ärzte, die hier unterdrückt werden. Also dann vielen Dank. Gehen wir tiefer in uns selbst, gehen wir tiefer in die Erinnerung, bleiben wir unser Herzensmittel und vergeben wir denen, die noch nicht so weit in sich vorgedrungen sind.